Servus Leute, hier ist der Rudi von Motorrad-Helme.com. Wie ihr seht, haben wir heute unseren eigenen YouTube-Channel eröffnet und in Zukunft werden wir euch hier Videos vorstellen über unsere eigenen Produkte, die Eigenmarken von den Helmen und auch allen anderen Helmmarken, die wir hier bei uns im Shop führen. Ab und zu gibt es natürlich auch mal wieder ein lustiges Video aus dem Berufsalltag von uns und ab und zu haben wir auch ein paar Tests über die verschiedenen Helme. Was die aushalten, wo zum Beispiel ein Helm von dem Bus überfahren wird, das werdet ihr dann in Zukunft von uns sehen bekommen. Servus Leute. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.